Willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. So, ähm, ja. Ich habe ein großes wichtiges Thema zu erzählen. Und zwar, ähm, war mein ganzer PC down. Ich musste ihn komplett neu aufsetzen. Ähm, den Grund sage ich euch gleich nach dem Start. Oh, ah komm, gib mir Waffe. Nice. Noch Waffe? Ja, ja, perfekt. Ähm, was haben wir jetzt noch genug? Ähm, ja, der Grund... Ah, scheiße, Alter. Ich werde es mal rüstig anziehen und... ...dann ein bisschen Menschen töten. Den da. Das Schwert hätte ich gerne. Oh, scheiße, das hat gerade ein bisschen geleckt. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt haben wir schon mal richtig gute Rüstung. Und... Ah, es laggt halt ein bisschen. Und ja. Ähm, ich habe meinen kompletten PC neu aufsetzen müssen, da ich kein Internet mehr hatte. Ähm, ich hatte eine beschädigte Windows-Datei. Und die konnte ich auch nicht wiederherstellen und ich konnte auch keine Daten sichern. Ähm... Und jetzt ist halt alles so weg und irgendwie leckt es so ein bisschen und die Welt lädt nicht. Scheiße. Ich muss mir halt auch eine neue Java-Version runterladen. Daran könnte es vielleicht liegen. Okay. Ähm. Ich weiß aber nicht, an was das genau liegt. Also... Auf jeden Fall ist es ein bisschen nervig, wenn man... ...die Welt hier nur so halb lädt. Das kommt ja wahrscheinlich. Ja, komm, tun wir mal so, als würde es nur aussortieren. Ja, wo ist er denn? Ja, jetzt rennt er weg, ne? Das sind die richtigen. Und die Welt lädt halt nicht so richtig. Ah, hat es gut gemacht. Der sollte verbrennen. Oder ne, das war so scheiße. Aber Wornhit. Ich muss ja... Ich muss weg hier. Äh, scheiße. Also die Welt lädt gerade nicht. Ich musste meinen ganzen PC aufsetzen. Äh, das heißt, alle Daten weg. Ich muss jetzt erstmal meine ganzen Programme wieder runterladen. Ich musste mir auch erstmal Texture Packs und sowas alles besorgen. Mein Intro muss ich, äh, irgendwie aus einem Video mal rausdownloaden. Und so weiter und so fort. Das heißt, mein ganzer PC war down. Und ich hatte auch eine richtig geile Runde, ähm, Survival Games gehabt. Die ist halt jetzt auch weg. Ich glaube, ich habe gegen Team Survival, also Team Survival Games alleine gespielt. Da habe ich halt so irgendwie so 6, 7 Teams auseinandergenommen. Und das war halt richtig... Das war eigentlich somit die coolste Aufnahme, die ich jemals hatte. Und die ist auch mit weg. Also, das ist echt nicht so toll. Und warum, warum lädt die Welt jetzt überhaupt nicht mehr? Vielleicht die Chancen ein bisschen runterstellen. Also, vielleicht liegt es an der neuen Java Version, aber... Das ist echt richtig scheiße. Die Welt lädt ja fast gar nicht mehr eigentlich. Oh, Kacke. Ja, kommen wir bitte ins Wasser. Hey, wie konnte ich den nicht treffen? Also, ich habe schon leichte Lags. Hä? Ah, scheiße. Nice. Den haben wir. Äh. Ich glaube, mein Ping ist halt richtig im Arsch, weil... Ähm... Mein Internet ist irgendwie immer noch ein bisschen komisch, weil 24er Ping geht eigentlich. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Ähm... Ich habe halt immer so 24er Ping ungefähr. Ist jetzt nicht der beste, aber reicht zum Zocken. Und die Welt lädt halt nicht. Das, äh... Hier, ihr seht... Die Welt lädt einfach so... Äh... Oh, scheiße. Die Welt lädt halt einfach nicht. Und das ist echt ein bisschen Kacke. Oh, ne. Ich muss weg. Oder? Kann ich nochmal zurück? Ne, 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 ne. Uh, das war echt knapp. Ähm... Das war ein bisschen Lucky. Muss man schon so sagen. Die wollte ich haben. Gibt es sonst noch irgendwas? Äh, ne. Scheint nicht so. So. Aber das... Also... Ähm... Das ist der Nächste. Den will ich dich aber eigentlich noch gar nicht angreifen. Because... Ähm... Zu wenig Life. Aber ich glaube, ich greife ihn einfach mal an. Sonst rennt er hier weg. Und... Das wollen wir ja alle nicht. So. Können wir... Den gleich von hinten snacken. Na, bleib stehen. Ich hätte gerne deinen... Aber wie renne ich denn? Ich hätte gerne den Eisenbus. Patzmann, es leckt irgendwie. Also ich muss irgendwas finden. Dass das besser wird. Das kackt meine Stimme ab. Okay. Die hat Healing Potions. Gar nicht gut. Wie viel hat sie denn? Alter. Alter, das war... Hätte echt gefährlich werden können. Wir hatten Solo Life und... Die vielen Healing Potions. Ist echt eine ungünstige Kombi. Ähm... Haben wir hier noch irgendwas? Pfeiler haben wir jetzt hier ein paar. Ich bräuchte halt mal ein bisschen... Ähm... Dings. Oh scheiße, da ist jemand drin. Ist der AFK oder? Der AFK ist ein Easy Kill, aber... Er schlägt einfach auf, wo er AFK ist. Also entweder... Er war nicht AFK oder er hat Kill auch ergabt. Eins von Weitem. Ähm... Sticks. Oh, ich muss schnell zum Dings... Zum Spawn. Also bis jetzt haben wir die Runde auf jeden Fall schon gut aufgeräumt. Und ja... Die 500 Abos haben wir auch schon fast. Und da habe ich auch schon einen Plan, was wir da tolles machen können. Ähm... Scheiße, ich schaff's nicht. Bisschen dafür zu craften. So eine Scheiße. Oh nee. Perfekt. Brenne, 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 Brenne. Stepp doch. Nice. Das war eine richtige GG-Runde. Ähm... Ja. Ich habe euch eigentlich alles gesagt, was ich wollte. Ähm... Meine Aufnahme laggt ein bisschen, aber... Ja. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Äh... Ciao, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, bis zur nächsten Folge.